Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MMO-Zone SB-Toro Raidguide. Ich bin Vishu und ich möchte euch heute den zweiten Boss der Eternity World, Garch, vorstellen. Der Name des Bosses ist etwas gewöhnungsbedürftig, deshalb habe ich nochmal Sora um Rat gefragt und er meinte, dass Garch so ausgesprochen wird. Garch. Wie? Garch. Nochmal bitte für alle. Garch. Okay, danke. Damit ist Punkt 1, die Aussprache des Bosses, abgeschlossen. Wir kommen nun zum eigentlichen Inhalt des Guides. Der Inhalt gliedert sich wie gewohnt. Erstens das Line-Up und dann kommen die Phasen des Bosses. Das ist die Phase 1, die Phase 2 und zu guter Letzt die dritte Phase von Garch. Auch in diesem Guide könnt ihr wieder auf die Icons klicken und kommt dann zum jeweiligen Inhalt. Kommen wir nun zum ersten Punkt des Guides, dem Line-Up. Insgesamt wird lediglich ein Tank benötigt. Ihr solltet natürlich wieder mindestens vier Heiler mitnehmen. Davon sollten zumindest ein bis zwei Sith Hexer bzw. Jedi-Gelehrter dabei sein, denn der Aoe-Heilkreis ist natürlich wieder stark vom Vorteil. Ja, und 16 minus 5 sind natürlich 11, also könnt ihr noch 11 Damage-Dealer mitnehmen. Ich persönlich würde euch Range-TDs empfehlen, denn Garch hat eine Menge Melee-Attacken und darüber hinaus Fähigkeiten mit einem geringen Radius. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Das ist die Phase 1 des Bosses. Diese beginnt auf Plattform Nummer 1 und endet dort auch wieder. In dieser ersten Phase verfügt Garch über vier verschiedene Fähigkeiten. Das ist zum einen Leap. Das ist ein Sprung nach oben. Er kommt runter, macht einiges an Schaden. Er kündigt sich folgendermaßen an. Im Bild erscheint ein Text, der besagt, dass Garch sich darauf vorbereitet zuzuschlagen. Weiterhin verfügt er über die Fähigkeit Smashing Leap. Dort springt er auch nach oben, kommt wieder runter, macht richtig dick Schaden in einem etwas größeren Radius. Und er bereitet sich dann vor, die Plattform zu wechseln, beziehungsweise die Spieler müssen dann die Plattform wechseln. Denn es fallen einige Brocken von der Decke runter, der Höhle. Und darauf müsst ihr dann springen. Seht ihr dann noch genau im Video. Weiterhin verfügt er noch über Pulver Rising Slam und Rending Swipe. Das sind Nahkampfangriffe. Diese sollten nicht wirklich ins Gewicht fallen, denn wenn der Tank seine Sache gut macht, bekommt ihr davon grundsätzlich nichts mit. Was der Tank genau machen muss, zeige ich euch jetzt im Video. Auch hier bin ich wieder mit meiner Gilde Team Rot am Start. Wir sind gerade dabei, ein bisschen Super Mario zu spielen, um von Plattform zu Plattform zu springen. Da seht ihr da Garchi im Hintergrund. Er hat ungefähr 3,2 Millionen Trefferpunkte im Nightmare-Modus. Unser Tank Warn bereitet sich noch kurz vor. Da ist er. Ist ein Power-Tag. Garchi springt schon wieder hoch und runter. Und jetzt geht's los. Am Anfang sollte die primäre Aufgabe des Tanks sein, Garchi umzudrehen, dass er mit dem Rücken zur Gruppe steht. Witz ist nicht ganz einfach, aber jetzt hat er es geschafft. Denn wenn Garchi mit dem Rücken zur Gruppe steht, haben die vorhin besagten Nahkampffähigkeiten von ihm keine Wirkung auf die Gruppe. Und das reicht nicht natürlich auf die Mili-DDs. Er trifft dann immer lediglich den Tank. Ihr habt da jetzt die Meldung gesehen. Er bereitet sich vor, rasend zu werden. Er springt hoch, kommt runter. Ihr seht, hier fallen jetzt ein paar Brocken runter. Und da muss die Gruppe jetzt lang. Natürlich wäre es nicht so effektiv durch die Lava durchzulaufen. Tickt glaube ich mit 2K. Wenn ihr die zweite Plattform erreicht, ist die erste Phase des Bosses abgeschlossen. Wir kommen deshalb zur zweiten Phase des Bosses. Diese beginnt auf Plattform Nummer 2. Und zu seinen bisherigen Fähigkeiten hat er die Fähigkeit Dispel. Diese Fähigkeit sieht aus, als ob er mal einen abdrücken muss. Und er schleudert dann alle Spieler nach hinten, bis auf den Tank. Diese fallen natürlich in die Lava und sollten danach hochgehält werden. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, schauen wir uns jetzt an. Wir befinden uns nun auf der zweiten Plattform. Die erste Aufgabe des Tanks ist natürlich, Garch wieder umzudrehen. Im Display seht ihr jetzt die zweite Ansage des Bosses. Garch bereitet sich darauf vor, zuzuschlagen. Die Mili-DDs müssen zurückgehen. Garch springt nach oben mit seinem Leap und macht einiges an Schaden. Ihr seht jetzt, wie Garch sich hinhockt und einen rausdrücken muss. Das ist sein Dispel. Alle fliegen nach hinten, schön in die Lava rein, kriegen einiges an Schaden. Dafür ist jetzt der Sif-Hexer gut und heilt die Gruppe hoch. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund ein Lava-Fall. Achtet bitte immer darauf, dass ihr nicht zwischen Garch und Lava-Fall steht. Denn wer direkt reinfliegt beim Dispel, hat es entschärft. Jetzt muss er wieder einen abdrücken und die Gruppe fliegt nach hinten. Glücklicherweise fliegt der Tank nicht mit nach hinten. Ihr seht im Display wieder die erste Meldung. Garch steht kurz davor, rasend zu werden. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, die Plattform wechseln zu müssen. Ihr seht, er springt. Beim Sprung müsst ihr unbedingt darauf achten, nicht zu nah an Garch zu laufen. Ihr seht, ich war relativ weit weg, habe trotzdem 10k Schaden bekommen, obwohl ich schwere Rüstung an habe. Und es war wirklich nicht ganz so nah. Also immer schön im Bogen drum herum laufen. Dann lieber mal einen Schritt durch die Lava, als zu nah an Garch. Das war es jetzt mit Phase 2 des Bosses. Wir kommen nun zu seiner dritten und letzten Phase. Diese beginnt ab Plattform Nummer 3. Neben den bisherigen Fähigkeiten von Garch müsst ihr jetzt noch auf Eds achten, die jetzt ab und an mal spawnen. Das sind insgesamt 8 Stück mit je 6,2k live. Sind also nicht zu schwer und können durch einen AOE-Schaden schnell mal weggehauen werden. Auch das schauen wir uns in der Praxis jetzt an. Ihr seht uns hier im Übergang zu Plattform Nummer 3. Da ist Garch. Der Tank muss natürlich Garch wieder umdrehen. Grundsätzlich habt ihr ja schon alles gesehen, was Garch kann. Ich zeige euch jetzt noch kurz die Eds. Spule deshalb ein bisschen vor. Ihr seht, dass wir uns jetzt wieder auf den Plattformwechsel vorbereiten müssen. Und jetzt spawnen die 8 Eds. Ist jetzt nicht wirklich viel. Ein bisschen AOE. Zack. Jetzt müssen wir noch die Plattform wechseln. Unerfahrene Gruppen können dann ein bisschen in Panik geraten. Ist aber kein Problem. Einfach kontinuierlich weiterspielen. Die Eds sind jetzt echt nicht wirklich ein Hindernis. Können ruhig mitkommen. Macht ein Knockback oder irgendwas. Passiert nicht viel, ne? Nach dem Plattformwechsel wieder sammeln. Die restlichen Eds noch platt machen, falls was da ist. Der Tank muss Garch wieder umdrehen. Und dann sollte dem Sieg gegenüber Garch nichts mehr im Weg stehen. Ihr habt jetzt alles Wichtige gesehen. Ich möchte euch jetzt bloß noch zeigen, wie Garch da angeht. Deshalb spule ich wieder ein Stückchen vor. Garch springt immer noch wie ein Rumpelstielzchen. Haut jetzt mit seinem Pranken nochmal zu und da fällt er. Das war's. Die Gruppe freut sich. Wir haben Garch gelegt. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Wenn ihr noch Fragen zum Boss habt, dann stehen die Kommentare für euch offen. Ihr solltet in der Videobeschreibung nochmal Stellen finden, wo die einzelnen Attacken gezeigt werden. Den Guide wird es dann früher oder später wieder in Textform geben. Den Link findet ihr dann auch in der Description. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei meiner Gilde Team Rot bedanken, ohne die das natürlich nicht möglich wäre. Damit sind wir jetzt am Ende des Guides angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch der Guide gefallen hat, dann Daumen nach oben und einen Kommentar abgeben. Bis dahin. See you.